BR 2018 Ach, Nelly. Ich wollte wirklich sagen, dass ich total verknallt bin. Echt. Irgendwann gibt es einen besseren Moment. Hoffentlich. Ach, Mann. Ich krieg das bestimmt nie hin. Doch, ganz bestimmt. Das weiß ich. Und guck mal, die Sache mit der MMS ist doch gar nicht so schlecht gelaufen. Klar. Ich bin eine echte Spaßrakete. Der MMS-Orake, kille, kille, irre, witzig. Toll. Irgendwann findest du einen besseren Augenblick. Bis dahin kannst du dich für Chris und Kim freuen. Die Kim? Ja, und der Chris. Das Megatron bei der ganzen Schule. Sollten das sich alle erfahren? Gute Idee. Moment. Oh, die MMS ist raus. Jetzt müssen sie ihre Liebe echt nicht mehr geheim halten. Kim wird sich so freuen. Ich wusste, dass du dich so mit der Anzeige fährst. Ich wusste es. Du liebst mich auch. Ach, wir sind das Megatronpfe. Zu 111 Prozent. Au. Die Rose hat mir in die Zunge gepiekt. Nähren wir dich. Das werdet ihr so bereuen. Warte mal. Du bist doch mein Krieger. Kim. doch mein Krieger. Ich bin weg. es nodig. Hahahaha